Nageldoch... äh... Bläh! Und nach Dreh! Oh, wow, wow! Äh, ging doch einfacher als ich dachte! Auch wenn wir so Gift genervt hatten! Ohne Ende! Wir haben... Wir mussten sowieso nur noch... Äh... Antibinam... Einmal! Das ist scheiße! Äh... Eikräuter... Verband... Wundermittel... Fablette... Vitamintrop... Super, ne? Ich muss dann wieder einkaufen... Ähm... Sonst hab ich ja 1500... Was? Ich wollte das... Was stand denn auf dem Schild? Wir kommen in Nordhana! Ah! Cool! Neue Stadt! Das heißt auch wahrscheinlich wieder Quinten ohne Ende! Für neue Ausrüstung! Äh... Naja... Es regnet aber... Immer noch! Na gut! Geht's hier irgendwann eigentlich lang oder so? Weil hier... Es ist irgendwie hier verdächtig... Das hier... Da ich gern Bierdeckel... Das seh ich! Ach ne... Der Bürgermeister! Ich muss mit dem Bürgermeister sprechen! Ja schön! Ich bin einfach nur mal außen rum gelaufen! Wurde es noch sehen, wo es gibt! Na gut! Äh... Bierdeckel! Na gut! Na gut! Wer bist du denn? Puh! Siehst du die Kisten hier? Ja! Und? Die hab ich eine geschleppt! Na bravo! Pff! Da sehen sie sicher auch einen! Ja! 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 Das ist so seltsam, Mann! Meine Fresse! Ähm... Ach! Da muss man außen rum gehen! Na klar! Hm! 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 Pff! Hahaha! Hey! Was ist denn das? Da stecken 300 Drehs zwischen den Büchern! Nimm's! 300 Dreh gefunden! Gefunden! Erfungssprechend! Genial! Na das haben wir um 300 Reichtert! Geil! So eine Truhe kann man nicht untersuchen! Was da wohl drin ist? Warum machst du es nicht auf? Das... Dann wüsste ich ja was drin ist! Und ich wüsste ein neues... Meern des Hoppys suchen! Hahaha! 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 Klar! Hm! Ja, vor allem, weißt du, das ist voll geil! Die gefällt mir irgendwie! Die... 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 Ein... Speicherpunkt! Yay! Die... 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 Wer bist du denn? Abenteurer! Oh! Kommt aus Vitana! Ja, wo sind gerade über den Bergpass gekommen? Ich bin Abenteurer und war schon überall Dienstseits des Hanergebirges! Ich denke, ich werde mich morgen aufmachen und den Bergpass angehen! Aha! Du solltest den hiesigen Schrei von Anishan besuchen! Ja, klar! Anishan, der in der Spendwoffen hat übrigens! Der ist Anishan! Sie ist die Göttin des Mutes und der Kraft! Man sagt, in ihrem Schrein lag dann ein mächtiges Schwert! Aber ich konnte es nicht finden! Aha! Ähm... Ich... Geh mal wieder dort rüber! Haha! Ja, klar, Finn! Nur 50 Dreh pro Nacht! Wirst du übernachten? Äh... 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 Die schlag mich da verletzt! Ich bin vollgeheilt! Aber wo soll ich denn übernachten? Naja... Ach, ich wollte doch eigentlich gucken, ob es in den Fässern hier was gibt. Das ist natürlich was anderes als Ascorret! Na gut, äh... Zu dem Zeitpunkt, weil ich auf jeden Fall wieder das Spiel hochgeladen habe... In Ascorret findet man nämlich in den Behändnissen fast gar nichts! Ein Bierdeckel! Yay! Nichts! Na gut! Ein Bild! Eine Pflanze! Ein Bild! Äh... Das sieht irgendwie aus wie... Wie Mario Grün! Irgendwie... Naja... Hier ist nichts! Äh... Hier gibt's nichts! Außer dem Bierdeckel! Na super! Das hat sich auch voll gelohnt, da hochzulaufen! Naja... So, wir speicheln nochmal zwischen! Äh... DING! Äh... Da drin war ich! Nein! Nicht Minio! Bisse finde ich böse! Ein Bierdeckel! Ja, was haben wir denn hier drin? In dem schönen Haus! Schön ist was anderes! Wer bist du denn? War sie wohl heute wieder kocht? Eigentlich habe ich sie ja nur geheiratet, weil sie nur so gut kochen kann! Wo hab ich den Satz in welchem Epic Games schon... Ähm... In welchem Epic Games schon hab ich den Satz schon mal gehört? Ja, du siehst ja auch so fett aus! Äh... Rochen macht mir unheimlichen Spaß! Schön für sie! Ich hätte so gerne eine neue Bratpfanne! Aber mein Mann sagt ständig der Alte sein noch gut genug! Aha! Ja, klar! Finn ist immer so disinteressiert! Hey, was ist denn das? Wow! 1003! Nein, ihr solltet das nicht nehmen! Wir haben sicher lange dafür sparen müssen! Als Maul nehmen! Hahaha! Als Maul nehmen! Hahaha! Aaaah! Ja! Die sind so böse! Die sind einfach nur böse! Haha! Die sind einfach nur böse, ne? Nein, so wenig, aber... Yay! 1003! Geil! Das sind die denn! Ich seh eben wie aus einem anderen B-Gaminger-Spiel mir bekannt aus! Klein ist unheimliches Kind, das wie alle anderen Kinder mit irgendwas rumläuft! Hui! Hehe! Gerade stand da 1! Hast du schon gehört? Gerade stand da 2! Nein! Was denn? Im Wald von Tapris soll wieder an Dämon gesehen worden sein! Hach! Wie schrecklich! Im Wald von Tapris...